Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von SessionGreedOdysee. So, wir sind hier bei einem Camp gewesen, wo wir schon ausgebaut haben. Und wir haben ein Kopf gesehen. Was macht er hier? Der Töte ist garantiert. Der Töte hat keine Chance dafür zu stark. Ich will nicht dahin gehen. Das Problem ist nur... Ich muss nicht vorbei treten. Ich weiß nicht, dass es funktioniert. Das funktioniert. Ist er das? Ah, hier ist das Militärlager. ... ... ... ... Detektor Anführer Warte mal, hier sind wir 17 bis 17 Das wäre natürlich möglich der Ort hier zu machen Ist das da? Okay Da noch einen noch Das Ding ist halt ganz ehrlich Gefährlich Wir sehen, was der Kopfkater hier vorhat, dass der Süme ist Aber er steht anscheinend rum da Ich gehe gut schauen, was er macht genau Okay, da kommt jetzt Und er geht wieder Wo soll es sonst egal sein Ich befürchte, wenn wir diese Festivals hier angreifen, dass der dann Plötzlich hier hinkommt Das heißt, wir müssen diese Festivals wirklich im Stillen erobern, sonst haben wir ein Problem Oh, oh Oh M-M-M Oh, wir sind im Stillen, oh, 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 oh Was war's da? Da ist sie! Wo ist im Stillen, oh, 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 oh Okay Ähm 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 Das lieb Okay, kommt da Okay, weg, weg, weg Was macht er jetzt? Muss wissen, was der macht Kommt er da ins Lager rein? Nee, er läuft außen rum Okay, so weit so gut Haben wir Glück gehabt, wo wir Nicht gerade so zimperlich jetzt waren Ja, komm Oh Oh So Jetzt habe ich auszusehen im Kampf den ich mit der Maus nebenher rausgeklickt und genau meine Tonspur beendet Das war wieder ganz toll Ja gut, egal Ähm Jetzt geht es weiter, wir sind wieder im Kampf mit diesem Ram Typ da, keine Ahnung wie ich den Bestimmen soll Äh, ja, es geht weiter Ich bin schon wieder drüber im Unklick, ich glaube es nicht, ey Ähm, ich bin tot Jetzt habe ich nicht auf mein Leben geschaut Ich glaube es nicht Gut, aber es muss gleich unterhalb sein Wir haben ja noch was gerupt Oder nicht, scheiße Ich weiß gar nicht Da habe ich meinen anderen Kopfgeräger getötet Es hat sich gespeichert da Boah Jetzt habe ich schon wieder rüber rumgeklickt, ey Warum komme ich zwar jetzt rüber? Ja Ja gut, okay Das Gebiet wird sicher gut verteidigt Ich bin ja wieder hoch, aber Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Ähm, warum? Boah, aber so ein Pech habe ich jetzt auch Jetzt habe ich gerade Steam geöffnet Oh Gott Ey Das bin ich zu verarschen Ist noch alles auf? Jetzt habe ich... Oh mein Gott Das bin ich zu verarschen Was ich jetzt nie habe Schon wieder Ich habe nie geklickt Komm schon Spatert dich Ich versuche es Okay Okay, den haben wir Ähm Ich war schon wieder neben dem Bildschirm Also ich habe ihn sich falsch eingestellt Mein Gott, ey Echt So, dass wir sonst An der anderen Seite An der anderen Seite kommt Mich weg, Nuts War das der, der da oben war? So wie Ähm Ähm So, das war es mal Für dich Ich geh mal kurz hier hin zu holen Dann soll es irgendwie speichern Weil wir einen Forger sauber haben Weil wir einen Forger sauber haben Sind zwei Schätze hier? Oder ist denn der zweite? Achtu Ich halte hier drin Oder drauf So, jetzt müssen wir das speichern Spiel Und den sie beobachten Oder auch nicht Hm Komisch Komisch So, den Löhm Ist die Zeit töten Und das ist ein Nein Leum Schon wieder neben dem Bildschirm Das war die Echt noch nie Ab zuvor Jesus Das ist echt über das ist anders eingestellt sonst ich weiß nicht was die ganze zeit aus meinem fenster rausklicke normales kommt mit der maus gar nicht raus mit dem alt tabellator in das spiel rein ja jetzt ist es klar so jetzt geht es nicht mehr raus ja jetzt ist es gut ich wollte sagen das der normales gegen das gar nicht okay gut haben wir das von ihnen gelöst damit der hohe typ da Ich hoffe keine Ruhe hier. Er wird gleich tot. Na komm. Ok, ne ich jetzt zum Lager unten. Kann ich nicht mehr so ermorden. Das ist eine Stadt, echt. Ok, was gibt es in der Stadt hier? Dann wollen wir mal. Ein Schatz beim Schrein. Oh je. Wir haben gerade eine Rolle geholt. Da gibt es wieder eine Quest irgendwo in der Nähe. Wir haben jetzt schon wieder das Ziel eigentlich. Ja gut. Ist das unser Schiff? Was ist denn das? Ah, unser Adler. Ne. Das ist sonst ein Schiff. Ja hier die ganze Zeit Schlachten ist nicht schlecht. Unser Pferd ist da hinten. Gut, gehen wir weiter. Mal durch das Dorf durch. Mal durch das Dorf durch. Schauen wir uns das richtig genauer an. Mal durch das Dorf durch das Dorf durch das Dorf aus. Okay, gehen wir weiter. Ja, ne. Ich habe hier keine Kriege an. Also werde ich hier nichts nicht stehlen. Menge, die mit nur Ärger. Oh, tun hier Sand fördern? Äh, Sand, Salz natürlich. Sieht fast danach aus, ne? Okay, hier ist gleich irgendwas. Ja, toll. Das war ein bisschen tief anscheinend. Salzband, okay. Okay, jetzt sind unsere Level. Das können wir schon mal machen. Okay, doch mein Schatz. Ja, okay, das war's. Okay, aufpassen. Der sieht mich sonst. Sein Hund. Der Hund weiß nichts, ne? Okay. Ich weiß, dass sie hier ist. Oh. Okay. Oh, oh, weg weg weg. Du kämpfst besser als du aussiehst. Aber das... Okay, oh. Okay. Oh, den hab ich. Oh, da ruht ein Luftweiler, glaube ich. Okay, ähm, Kissen da oben. Ja, das macht eigentlich erst tatsächlich. War die zweite Kiste in der Nähe, oder? Ah, eins oberhalb. Oh, die ist schon cool aus der Kiste. Wow. Johannis Brustplatte. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, da haben wir echt mal Sachen gefunden, die besser sind. Okay, hier nicht. Mein Brustplatte war was episches. Wow. Okay. Legende, ja. Jäger. Boah, wie viel wir hier haben, ey. Krieger. Ja, wir müssen halt wieder auf... ...auf... ...päppelt dann. Wie viel wir hier haben, ey. Aber schon etwas mal nichts zerlegt. Boah, schau mal an, ey. Wie viel. Es ist so viel. Es gibt halt ganze Drohstoffe, ne? Boah, krass. Ich habe mal einen Bogen, der mehr Schaden macht. Problem ist, ob ich den... ...legendären Liebsten hätte. Solange die anderen... ...mehr Schaden macht, muss ich sie fast wechseln. Weil das natürlich dann auch einfacher geht. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, das können wir aber so lassen. Gut, okay, das war's für heute. Ein bisschen länger, sonst vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es so gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye! Ja, leider ist die heutige Ascension-Greed und diese Folge schon wieder vorbei. Wenn ihr aber keine weitere Folge verpassen möchtet, schaltet unbedingt morgen wieder ein oder hinterlasst mir ein Abo. Oder schaltet einfach in ein anderes Display rein, das hier gerade verlinkt ist. Bis dann und bye-bye! Tschüss! Wie häufig ist es? Einen, bis zum nächsten Mal. Bitte schön, wenn du jetzt in den Link. Und wie auf vulnerability. Schöne dich gar nicht an oder lieber eine Frage an einen Internet. Ich weiß nicht, warum du diese Frage an einen Welten? Oder du kalt, oder?